Musik Einkaufen im Euromarkt Kapfenberg ist immer ein Vergnügen. Ihr innovatives Schmuckgeschäft Kettenpflicht, seit 2007 Ihr Partner für Lifestyle-Schmuck, trägt maßgeblich dazu bei. Kettenpflicht führt unter anderem bekannte und beliebte Marken wie Nomination, Esprit, EDC, Detora und Icewatch. Icewatch Coolness am Handgelenk. Icewatch besticht durch modisches Aussehen sowie Ihre Funktion. Icewatch umfasst derzeit insgesamt 10 verschiedene Kollektionen. Die Uhrenkollektion von Esprit Timeware erreicht mit 297 Modellen und 39 Familien eine neue Spitze des Umfangs und der Vielseitigkeit. Diese Entwicklung entspringt der Strategie einer Weltmarke, um für jeden Geschmack das richtige Modell bereitzuhalten. Tauchen Sie ein in eine innovative Uhrenmarke, die die neuesten Mode- und Lifestyle-Trends widerspiegelt. Nomination ist weltweiter Marktführer im Bereich des Gold- und Edelstahlschmucks. Nomination entwirft und fertigt ausschließlich in Italien erlesene Schmuckstücke für modische Männer und Frauen. Eingesetzt werden nur beste Werkstoffe, Edelstahl, 18 Karat Gold, Edel- und Halbedelsteine sowie natürliche Diamanten. Am besten Sie schauen selbst in Schmuckgeschäft Kettenpflicht im Euromarkt, denn die Auswahl ist riesengroß. Außerdem kommt mit Ende April eine neue Glasschmuck-Kollektion von Leonardo dazu. Kettenpflicht, das Schmuckgeschäft im Euromarkt. Gönnen Sie sich doch was Schönes. Diesen Beitrag widmet Ihnen die Einkaufsregion Kapfenberg.